Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wirft ihr nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß. Star Trek Fleet Command gestartet und es geht los. Erst Nachrichten überspringen wir natürlich, sind nicht wichtig. Wir kümmern uns erst mal um das Gebaute, was wir gebaut haben, um unsere Forschungen, unsere zwei Quests, die wir abgeschlossen haben, oder vier sogar. Oh. Eine neue Quest. Juhu. 12. Ich bin noch bei Level 12. Jawohl. Da noch eine Quest fertig. Ah. Da ist noch etwas fertig. Ach, hier. Einsam. Noch was fertig. Einsam. Noch was fertig. Das ist ja mal. Richtig nice. Und noch was fertig. Ich habe mich nicht nach dem Bauplan gehalten. Ich habe einfach das eine fertig gebaut, sofern ich es fertig bauen konnte. Und... Ach, das war es jetzt. Genau. Der Bauplan wäre jetzt so OPS Level 15 zu fertigen. Hm, schaffe ich das? Mal schauen. Ich kriege ein neues Schiff. Juhu. Ein neues Schiff habe ich. Bauen. In 14 Stunden ist es fertig. Oh, 13,5 besser gesagt. Abholen. Was ist da drinne. In der 10 Minuten Ruhe. In der 4 Stunden Ruhe. Und in der 24 Stunden Ruhe. Das war's. Das war's. Recruit. 20. Ach, hole ich mir den ein. Normalerweise möchte ich erwarten, bis ich 100 habe. Dann immer gleich 5 Recruiten zu holen. Aber heute mache ich es mal ein bisschen anders. Also nicht nur heute. Einzige Tage auch manchmal. Kommt immer drauf an. Ah, Produktion gestoppt. Lager ist voll. Gut. Eigentlich sollte ich ja das OBS, das ist dieses hier, auf 5C machen. Ach, wird's wieso noch nicht gehen. Verteidigungsplattform A und B müsste ich noch aufwerten, auf 10. Naja. Einmal. Schauen wir uns mal die Forschung an. Hier kann ich noch was forschen. 8 Stunden dauert das. Hier kann ich noch was forschen. 3 Stunden. Ah, da auch noch mal was. Tresor. Hm. Kann ich das schon? Am fahr? Ab 20 ist... Ich glaube, ich bin da erst Level 15 jetzt. Ich hoffe bei, auf Level 10. Und hier wäre es 19, 22. Also ab 19. 25. 25. 25. Ah, das dauert. Dauert ja noch Jahre bei mir. So langsam wie ich hier immer spiele. Abholen. Abholen. Fertig. Schön. Gut. Dann werden wir mal... Was werden wir machen? Unsere Offiziere anschauen. Es sind jetzt gerade alle zu Hause. Genau, da kann ich schon mal ihn hier aufwerten. Eins. Das war's schon. Doch, gehen wir mal. Zwei. Spie. Aufgewertet. Und... Dann schlechteste... Vielleicht können wir die ja sogar noch befördern. Das wäre natürlich nice. Lässt sie sich befördern? Noch nicht. Sie braucht noch zwölf andere... Andere, wie heißen die? Oh, ich wöre, was ist das denn? Eigenschaft freischaltet. Spion. Hm? Er ist jetzt ein Spion. Elna ist mein Spion. Gut, die Leute habe ich jetzt soweit fertig. Dann werde ich jetzt... Zum Shuttle gehen. Mein Außenteam zusammenstellen. Technischer Simulator. Geht zwölf Stunden. Wen nehmen wir da mit? Probier mal die Dingens hier. 83. Passt nicht. Die Vulkanier waren das, glaube ich. Wie hießen die? Okay. Er ist der stärkste. Oder... Probier mal ihn hier. Und sie. Nein. Ihn weg. Und ihn rein. Ah, nur ein Prozent mehr. Hm. Hm. Was war ich denn jetzt? Hm. Dann immer wieder die stärkste mit die beinschwächsten. Zack. Start. Und auf Wiedersehen. Der Würdenträger... Oder die Würdenträger-Eskorte, besser gesagt. Nur zwei Leute. Oh, weia. Nee. Schafft er nicht. DNJ... Der nächste... Generation war das? War das nächste Jahrtausend? Gut. Dann wird die beiden. Start. Gut, 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 gut. So, jetzt... Haben wir zwei Sachen am Bauen. Zwei Sachen in der Forschung. Außenposten losgeschickt. Dann schauen wir uns die Quests an. Pup, tipp, tipp. Ja? Dann da drauf. Okay. Verbesser... Äh, aufwerten. Geht nicht. Da kommt jetzt der hier. Bersiege den Feind. Mit... Den hier enden. 7900... Schaffe ich nicht. Okay. Nächste Quest. Die Quelle. Bersiege den Feind. Warten. Verbessert. Sehr schwer. Schaffe ich auch nicht. Das gibt's doch nicht. Bin noch so schwach. Nächste Aufgabe. Okay, das ist... Was abbauen. Tritanium. Da brauchen wir jetzt in hier. Gehen in der Galaxie rein. Und schauen. Wo ist Tritanium? Lass mal hier. Zur Seite. Bei mir. Da haben wir ja... Das ist Parmastahl, ne? Wollen wir das da heißt. Das müsste doch... Tritanium sein. Genau. Kurs dahinten. System anzeigen. Da sind wir. Ah, kommt da lang geschworen. Schau mal, war das so hier gleich. Ein paar Sekunden warten. Okay, und da fängt er zu sammeln. Gleich. Da kommt er. Fällt er einmal gegen. Drauf gelandet. Und... Fängt schon an. Einer hat er schon. Zwei. Dann geht's jetzt weiter. Stoppen. Ob ich das schaffe. Finish. Ich denke nicht. Da habe ich wohl null Chance. Oh, alle. 35, 37. Ich müsste mit dem aber woanders hinfliegen, um leichte Quests zu suchen. Ich glaube, die sind ja mörderisch für mich. 16.000. Ach. Ah. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe auch nicht. Jetzt kommt die Lippe-Zwölbe-Aufgabe. Die müsste ich aber starten. Okay. Fliegen wir hin. Wir starten. Jetzt. Zwei Minuten und 30 Sekunden. Können wir noch einmal die Kiste abholen. Fertigen. Fertigen. Fertig. Warten wir noch einmal kurz. Zwei Minuten und 15 Sekunden. In den Zeitraum. Was machen wir da? Schauen wir uns mal die Schiffe an. Den Baumarkrad. Taylor. Tala. Talatala. 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 641.000 Kampfkraft. Jellyfish. ISS. Heftig. Das ist ja eine ganze Flotte für mich. Kampfschiffe. Was ist denn für ein Schiff? Ah, das sind solche Bohrschiffe. So, der beste Bohrschiff ist besser wie mein Kriegsschiff. Meine Güte. Deprimierend. Offiziere? Oh, warte mal hier. So was blaues. Was heißt das? Ah, Auflage. Auch? Ja. Nur zu wenig. Ich klinge jetzt. Fraktion. Okay. Föderation. Da bin ich bei minus 106. Also ich scheine wohl böse zu sein. Die Klingonen. Ach, genau Klingonen waren das. Keine Vulkania. 320. Oh, bei dem bin ich auch ein Minus. Romulana. Die habe ich noch nicht gesehen. Die auch nicht. Und die auch noch nicht. Aber es scheint so, dass sich Heinz über die Klingonen kennt. Die sind blau. Die sind rot. Und die sind grün. Die kenne ich doch nicht. Ah, die sind schon da. Mission abgeschlossen. Shit. Da habe ich gar keine Musik mehr hier drauf. Gerade war noch die ganze Zeit Musik. Ich bin verwirrt. Like fest. Da ist aber bei. Und da ist aber auch bei. Also. Was ist das für eine zwei Nachrichten? Haben wir beide gelesen. Ich bin jetzt gerade an Überlegen. Kurz in der Galaxie gehen. Da ist ja mein Heimatplanet. Ähm. System anschauen. Gibt es hier vielleicht die Quest für mich? Nein. Galaxie. Gibt es hier eine Quest? Gibt es hier eine Quest? Nein. Galaxie. Gibt es hier eine Quest? Nein. Gibt es da auch nicht schauen? Wird bestimmt auch nicht sein. Schauen wir mal hier nach. System. Hier gibt es auch keine Quest. Galaxie. System. Okay. Hier war mal eine Quest. Oder die kommt noch? Achso. Wird ein Schiff im System benötigt? Schauen wir mal schnell hier hin. Achja. Wie lange dauert es? Eine Minute noch? Maxi, wir haben mal angeschaut. Objekte. Okay. Beschleunigungen. Material. Anderes. Ressourcen. Gebiete. Verbrauchte Items. Okay. Raffinerien hätte ich noch. 2000. Ach, ich brauche mindestens 3000. Nichts. Sonst bin ich noch ein bisschen zu klein. Schauen wir mal. Jetzt sind wir hier. Kurs. Dum 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 dum. Orgel. Mission und Anzeige. Ne, umsonst hierher geflogen. Na dann, dann würde ich mal sagen, das war's für heute, ich mache mit dem Rückzug nach Hause. Der farmt hier jetzt noch eine Stunde 20 Minuten, solange ich jetzt nicht erwarten, ich glaube nächstes Mal müssen wir dann Level 13 nehmen. Die anderen sind alle Favorit, Titanium habe ich ja fast fertig, ist ja wieder das gleiche wie diese Quest hier, gut, da haben wir die noch, triff dich mit Juna auf Voltana, warten wir schon mal, Voltana, das ist nicht Voltana, was ist denn Voltana, was ist das hier, Voltana ist wahrscheinlich dann die Stadt, äh die Stadt, der Planet und die Galaxie oder das System ist Sammam, Sammam, da steht immer ein bisschen komisch da, sag ich jetzt mal, ne, kann man noch eine Information reinholen, okay, das war löschen, hab ich die Quest gelöscht? Jo, damit kannst du also Queste löschen, okay, dann hab ich jetzt nächstes Mal ein Problem. Zeige. Zeige. 9000. Oh, 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 was mach ich denn jetzt so? Also ich werde bestimmt das nächste Mal gleich, oder ich will gleich schon die Quest, ich weiß ja ungefähr wo sie war. Hier hätte ich hingehen müssen, die Quest ist weg. Aber ich bin ja egal, ich würde mal sagen, das war's für heute. Man sei einmal Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ellebouter bei dem TC Ich habe euch viel Spaß und auf Wiedersehen!